ja sie ist sehr begeistert davon so ich muss es ein bisschen kleiner machen dann, was ist mein Name? Natürlich Dorn hier come on ja, Entschuldigung oje, die Maus-Sensie ist ja übertrieben wie ist der Ton? Passt der Ton? Lauter leise also gerade ist er einfach nur knarzen und so weiter so oh, Monkeys Entschuldigung, alte Frau, aber ich vergesse deinen Namen was war es wieder? Ja, vorhin natürlich warte ich tu mal die Webcam gerade woanders hin vielleicht da oben warte, deine ist auf ein Untertitel? ja, ja genau sorry ich glaube so ist es besser ja, 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 ja es ist es wird sehr meint um zufrieden machen es kommt gerät es ist so komischer wenn wir reden es die Maus sind sie total langsam und hier im Spiel ist sie total schnell aber ja will so auch was? oh, kann ich mich hingehen? ja dum 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 hi hi und du liest so gerade was bist du denn für ein der hat viel Geweil ah krass gut ich hab nicht aufgepasst wo? ah da wir gehen eigentlichein von Clara ist alle blicke gehen horizont die nördlichen meere wurden größtenteils noch nicht erkundet Forscher schätzen dass sie unfassbar weit läufig sind die wei naja stöckchen ja das stimmt weitläufig sind und kleinere expeditionen konnten unzählige inseln voller diverser lebensformen und unbekannter Gemeinschaften finden aufgrund der unberechenbaren und gefährlichen Natur dieser Gewässer sind viele Erkundungsschiffe bei dem Vorhaben verschollen zu forschen und neue Handelsverträge zu schließen schön sehr schön also nicht dass sie verschollen sind aber vielen Dank vielen Dank ich habe dieses alte Buch viele Mal gelesen es scheint ich finde etwas Neues alle lesen und egal wie viele ich es gelesen habe es hat nie gelesen es hat mich für eine Zeit bist du der Spannende ich denke wir alle Angst zu erreichen schau zu schau ich habe nie zu schau ich habe wunderbare Dinge Ja? Thema, tschüss. Wie verabschieden Sie sich? Nein. Sind dann? Ja, es ist ein bisschen in der ganzen Stadt. Es ist die kleine Seine, die hier ist. Ah, fast da. Das so nicht gut so ist. Das ist doch gut. Ich will hier raus. Was geht denn? Ich hab an die Holt gemacht. So zieh ich, hm. Ähm, Game Over, oder? Ah, äh, hab ich dir schon von der Reise, die dein Vater und ich nach Eastshade unternahmen erzählt? Erzähl es mir nochmal. Von all den Ausflügen, die wir unternahmen, war dieses mein Liebster. Weißt du, wenn du jemals nach Inspiration für deine Bilder suchst? Ich weiß, Mutter. Sag mir, dass du, was? Sag mir, dass du da eines Tages hinfährst. Versprich mir, dass du das tust. Ich werde es und ich werde dort sterben. Der Gedanke, dass du Eastshade erkundest, es macht mich, ne, er macht mich so glücklich. Ich weiß genau, dass du dort Inspiration finden wirst. Das wird so ein großartiges Abenteuer. Hör mal, es gibt da ein paar Orte, die du dir einfach ansehen musst. Du musst den Riesenbaum malen. Ach, ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Oh. Woher weiß ich, welcher Baum es ist? Es ist ein großer Baum wahrscheinlich. Du läufst schon nicht dran vorbei. Glaub mir. Und die Tiffmoor-Klippen. Ach, die wunderbare Aussicht. Oh, ich freue mich also auf die Aussichten. Oh. Hehehe. Ich kann mir dich genau vorstellen, wie du an deiner Staffelei stehst und ein wunderschönes Bild malst. Der weite Himmel und das Endlose Meer inspirieren jeden Künstler. In Ordnung, das werde ich tun. Und die Stadt. Naja, es ist ja gut. Da gibt es so prächtige Gebäude im Stadtzentrum. Von oberstem Stockwerk aus siehst du die ganze Stadt und noch viel mehr. Dann kannst du gar nicht widerstehen und musst einfach mal. Warte, es geht um kurz. Dezent. Dezent. Also das ist ein kleiner Teil davon. Ah, bald. Bald wirst du da sein. Du solltest dich ausruhen, Mutter. Mutters letzte Wünsche. Hm. Naja. Mal schauen, ob wir da überhaupt hinkommen. Weil gerade ist das, äh... Boot gekämptert. Du hast gewonnen. So. Errungenschaft landet. Dein Schiff hinab. Seht ihr okay? Ja, 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 ja. Ah, da ist schon die Staffelei. Ah, da ist schon die Staffelei. Kennst du wasが起こった? Ja, ich war auf dem Schiff. Es ist auf dem Riff aufgelaufen. Ich habe mein Gedächtnis nicht verloren. Der ist doch beides dasselbe. Oh, der schaut voll traurig. Oh! Ich hab' die anderen überlegt. Du warst auf dieser Beach nur eine kurze Zeit, nachdem das Schiff ist. Eine dauert nicht lange, wenn das Wasser so kalt. Was haben die anderen überlegt? Oh, warum? Ach so, okay, okay. Wurde meine Haare auf? Es ist nur dein Ziel. Es ist nicht vergessen, wenn du es verlassen kannst. Selbst die frischöde Tide kann dich nicht entfernt. Es muss ein großes Geld geben. Ich ging in die Stadt um die Nachrichten zu erzählen, um die Nachrichten zu erzählen. Du solltest da gehen und sie selbst wissen lassen. Es ist nur auf dem Weg. Auf deinen Weg, dann. Danke für die Hilfe. So. Dann hier, Musik etwas leiser, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Äh, Audio, Musik etwas leiser. Machen wir mal auf 40. Dann geht's dann vielleicht so. Ja, verdammt. Moment. Gut. So. Hoffentlich ist es ja jetzt besser. Wir lassen die Staffele nicht da, keine Sorge. Ich war, ja. Inventar öffnen. Gim, Rucksack, äh, wahrscheinlich Gemälde. Und hier Briefe. Okay. Oh, da, da ist das Boot. Wieso haben die eigentlich die Luke nicht aufgemacht? Voll böse. Wir waren bestimmt Gefangene da. Kann ich hier schon was malen? Ah, schade. Okay. Du hast noch keine, äh, Bilder und Leinwände. Ja, ist ja klar. Ich hätte jetzt auf meiner Nacken Haut gemalt. Oh, da geht's noch lang. Das war... Der Performance-Künstler. Was? Der verlassene Turn. Oh. Hab ich irgendwas gemacht? Ah, hier kommen wir später. Inspiration. Bilder zu malen kostet dich Inspiration. Du erhältst neue Inspiration, wenn du neue Orte siehst und neue Dinge ausprobiert. Geile Idee. Sarah, ich hätte das Spiel vor dem Fragebogen ausfüllen, äh, erspielen müssen. Ach. So, da geht's auch noch irgendwo hin, aber ich glaube, wir gehen mal zur Stadt. Wenn's hier zur Stadt geht. Da unten ist die Stadt. Ich geh mal querfeldein. Künstler hält nix auf. Haha. Haha. Oh, voll schön. Oh Mann. Okay. Wieso gibt's hierfür keine... Was ist das denn? Fette Blumen. Okay. Ich lass mich nicht ablenken. Keine Angst. Keine Angst. Gibt's hier noch welche? Nee. Da. Aber ich... Äh, keine Angst. Ich mach jetzt nicht den Rock. So. Hm. Lindo. Ah, okay. Okay. Es gibt doch Inspirationen. Gut. Ah, da steht jemand. Oh, das ist doch der, der... Die Leseratte. Mit den vier Steckchen im Kopf. Oh, das ist du. Du bist auf dem Schiff. Was ist mit dir passiert? Ah, ich hab überlebt. Wow. Oh, danke Gott. Wir haben gedacht, dass du verloren bist. Oh, was eine schreckliche Erfahrung. Ich bin so glücklich, dass du dir sicher bist. Was hat dich in Eastshade gebracht? Irgendwie... Irgendwie... Das... Die Proportionen gerade von ihrem Gesicht... Erinnert mich sehr an Scratch von Eastshade. Wenn ich ja nicht bin. Aber okay. Ähm... Ich wollte einen neuen Ort kennenlernen. Ich bin hier um Landschaften zu mahlen. Meine Mutter liebte es hier. Gut. Ähm... Ja, ich... Ich will die Landschaft hören. Ja, ich bin ein armeer Arte. Das ist wunderbar. Ich bin meine Familie zu besuchen. Haha, ich bin ein schönes Tee. Okay, ich bin ein schönes Tee. Das ist sehr stark für einige Menschen. Aber die Effekte können mit einer Wasser aus dem Wasser auszutreten. Okay, ich habe mich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal gelesen. Der Kapitän ist in einem riesigen Lage. Ich glaube, das ist etwas zu erwarten. Und ich glaube, das ist etwas zu erwarten. Und ich glaube, das wäre mir erwartet. Sie ist noch nicht der Dock. Vielleicht würde es sie konsolieren, um zu wissen, dass wir alle überleben. Du sollst mit ihr sprechen. Meine Familie lebt hier in Lindau, also ich werde mit ihnen bleiben. Wenn du findest, dass die Nacht kommt und du brauchst, musst du den Inn. Du wirst da sicher sein. Es wird kalt hier am Abend. Du solltest nicht ohne eine richtige Kante sein. Ja, ist cool. Jetzt kann ich hier mit ihr noch weiter reden. Warte. Warte. Äh, pass auf dich auf. So, jetzt nochmal Optionen, Audio, Musik. Mach mir mal auf. Danke. Und jetzt nochmal. Ja, ganz gut. Ich hab nur jetzt Audio ein bisschen. Aber danke der Nachtfolge. Nach diesem Wachstum, könnte ich hier nur noch ein paar Zeit umsetzen. Oh, ja. Ich sah das aus dem Schiff. Es sah, als ob es ein Licht kam von innen. Könnte es ein Lichthaus sein? Krass. Ein Licht kommt aus einem Turm. So, Umgebung. Einmal auch auf 20. Das was ich, das war. Immer diese Andachsprüche am Anfang. Gut. Dann vielleicht ist es so. So, es ist wirklich schön hier. Oh, gut. Ich bin schon da. Oh, der malt auch. Oh, können wir auch so toll malen? Also das... Ja. Soll ich es dir beibringen? Nee. Ähm, aber das sieht schon sehr danach aus, was ich gerade vorhin gemalt habe. Hey, du hast einen Esel! Bist du ein Artist? Hell yeah! So bin ich! Willst du sehen, was ich gemacht habe? Schau! Wow! Was sollte sein? Es dauerte jeden Tag. Aber ich möchte meine nächste noch besser machen. Was soll ich tun? Äh, du brauchst erst einmal eine gute Leinwand. Das stimmt. Äh, machen wir sie zusammen. Oh ja. Mal darin. Bin ich eine Sie? Okay. Äh, wir brauchen Bretter und Stoff. Alles klar. Sei nicht so laut, bitte. Ein Künstler braucht seine Ruhe. Ich habe nie so etwas wie das gesehen. Es ist eine schreckliche Waste von einem guten Schiff. Und es ging so schnell runter. Es ist unglaublich, dass jemand es ausmacht hat. von dem. Du wirst sicher nicht sehen, wenn du siehst. Sagst du noch, da sind die Bretter? Oder stehst du nur da? Jetzt habe ich Lust zu malen. Na gut, dann... Wir brauchen einfach eine Fabrik. Ich... Ich... Ich weiß nicht, wo wir das finden. Vielleicht sollten wir jemanden fragen. Lasst uns gehen. Boing! Wir... Wir werden sehr viele Bilder malen. Sehr viele Bilder. So, dann fragen wir mal rum. Oh, du siehst auch so traurig aus. So ist er kleiner Opa. Wahrscheinlich ist er voll jung. Äh, Entschuldigung. Ich brauche Leinwand. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Wir könnten ja das da nehmen. So. Äh, vielleicht beim Hafen irgendwo. Vielleicht der Hafenmeister. Das ist doch sicher der Hafenmeister. Entschuldigung. Oder wir klauen uns einfach das. Dürfen wir uns das klauen? Warte, ich nehme mal erstes da hinten, weil da... Ah, da schrockte er auch her. Warte, ich frage erst mal. Bevor wir was klauen. Warte, ich frage erst mal. Bevor wir was klauen. Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Ach so, das ist der Käpt'n. Wie geil. Wer? Nur der wichtigste von uns alle. Annabelle! Ich kenne niemanden. Das klingt nicht... Ich sehe. Sie zieht dich über die Ozean. Und du kennst überhaupt nicht ihren Namen. Annabelle! Mein Schiff. Meine wunderschöne, sie liebende Daughter. Sie getötet von den Riefen. Als wir in diese wunderschöne Stadt kamen. Nein. Wie hat sie gefahren? Hm. Sorry. Das tut mir sehr leid. Für dein Schiff. Wenigstens haben... die echten Leute überlegt. Was hast du jetzt vor? Ah, nee. Wir sagen uns tut's leid. Ja. Die Kindheit tut nichts, um die süße Annabelle zurückzubringen. Ja, okay. Was hast du jetzt vor? Ich kann mir vorstellen, dass ich den Rest meiner Tage... Morgen Annabelle... ... sitzen hier... ... träumt um ein Welt, wo sie nicht getötet wurde... ... und die Leute eigentlich erinnern ihren Namen. Okay, Entschuldigung. Äh, tut mir leid, dass ich mich nicht daran erinnern konnte. Ähm, morgen sieht die Welt bestimmt wieder... ... ein wenig besser aus. Ähm... ... sagen wir uns entschuldigen noch mal... ... oder sollen wir... ... so positiv sagen... ... ach, komm... ... also morgen... ... ach, das... ... das geht... ... ich bin eher für... ... ich weiß es nicht. Hm. Tut mir leid. Ja, oder... ... man sieht die Welt besser aus. Haha, das ist beides irgendwie... ... gut und nicht gut. Ähm... ... ähm... ... man sieht die Welt besser aus. Okay. Dann... ... versuchen wir es mal mit... ... positiver Energie. Okay. ... versuchen wir es mal mit... Okay. ... train your life for her. Okay. Er hat sie nicht gemacht. Hahaha. Dann Thema Excel. ... ähm... ... hehehe. Es ist wirklich ein... ... schreckliches Ort, um zu verabschieden zu sein. Es ist vorbei, ja. ... eine Schiff-Mörderung-Town. Okay. Was? Ich weiß nicht. Ist das ein altes Lindau? Das war die Hauptstadt. Äh, wo bekommen wir Stoff her? Diese Fabrik, die sich rund um uns... ... einfach schau. Oder fragt den Dock-Werker da oben. Okay. Oh... ... so gut Schiff. So gut Schiff. Sie war ja ein besseres Schiff. Ich hab mich nicht... Entschuldigung. Ich hab mich nicht. Entschuldigung. 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 So... ... den kann ich gar nicht fragen, was... ... was erzählt die da. Ähm... Und... ... flupp. Also, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, richtig? Wir können eine Kampagne von dieser Sachen machen? Äh, Leinwand, äh, 4 von 2 und 2 von 2, okay. Hier kannst du die Leinwände, äh, finden und, äh, auch die... Äh, du kannst auch mit P darauf zugreifen. Naja. Aber natürlich... Äh... Hier? Jetzt? Warte mal, nee. Okay. Also, ich, ich kann... Also, hier fühle ich einfach die Inspiration nicht. Ja, na gut. Aber ein bisschen weiter. Kommt die mit? Ja. Okay, dann, dann müssen wir es nämlich da machen. Kann ich da irgendwie rauf? Ja. Ja. Danke guter Schick. Soooo... Hm... Oder ich gehe da hoch? Wuh! Kommt sie mit? Wow, ich hätte auch einfach über die Brücke gehen können. Was soll mir denn mal? Okay, einfach nicht fahren. Aber da hat er gerade gesagt, push me so oder so. Ne, hat er nicht. Ich bin voll langsam, aber wahrscheinlich, weil ich zu viel bereite. Will ich das hier oder will ich mit einem Schiff? Great viewpoint, isn't it? Atemberaub. Du musst bist der Reaktioner des rektes Schiff. Ja, hat mich gerettet. Also ein Höhlenbewohner hat mich gerettet. Die verrückte Käpt'n hätte uns fast umgebracht. Wir wurden gerettet. Oh, gut. Ingolf braucht ein paar Besucher jeden Tag und dann. Ich wünschte, dass er mehr Zeit in der Stadt spenden würde. Aber er würde lieber allein sein. Ja, ich stehe den Inn. Ich bekomme immer eine volle Schiff von Süpp und Tee, um die wehren zu verbreiten. Hm. Praktisch. Als ich jung war, habe ich über diese Eiland verbreitet. Ich würde gerne wieder ein Tag aufzunehmen. Schau, die Eklipsen beginnt. Ich will malen. Komm mal rum. Hm. Ich hätte umgebracht genommen. Okay. Stehe ich jetzt die ganze Zeit da und mache gar nichts? Ich habe es vermisst, sie mit festem Boden unter den Füßen zu sehen. Die Sonnendämmerung sieht überall gleich aus. Wow. Es ist schon eine Weile her, seit ich sie so richtig betrachtet habe. Ja, machen wir mal das Letzte. Okay. 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 So. Ah. Du warst die ganze Zeit bei mir. Sehr schön. Gut. Ähm. Malen wir das? Oder malen wir das? Warte. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020